Niklas, ich habe eine Frage, denn ich bin empört. Nein, was ist los? Ich wurde nicht eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Ja, spinn die. Betriebsrat heute. Neues für Betriebsräte mit Sandra Becker und ihren Gästen. Bei mir im Studio Niklas Pastille, Rechtsanwalt aus Berlin und Referent für die WAF und im Hause der WAF zu Besuch bei uns im schönen Münchner Süden. Niklas, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, Sandra. Ja, also wie ist denn das? Muss ich denn eingeladen werden? Ich nehme an, du brauchst den Job, nicht? Und deswegen bist du auch empört. Ja klar, deshalb bin ich ja jetzt so empört. Also grundsätzlich habe ich schlechte Nachrichten mitgebracht. Ich bin der Arbeitgeber und so ist die Rechtslage. Ich entscheide grundsätzlich, wen ich einlade und später auch wen ich einstelle. Und du hast grundsätzlich, schau mich nicht so traurig an, kein Recht im Vorstellungsgespräch da aufzuschlagen. Es sei denn, ich lade dich ein. Und das muss ich halt nicht. Es gibt eine Ausnahme und die ist allerdings interessant, wenn ich ein öffentlicher Arbeitgeber bin, also eine öffentliche Stiftung zum Beispiel oder das Land Berlin, wo ich herkomme, dann muss ich dich einladen. Und das hört sich gut an. Ja, aber nur, das wollen wir mal nicht vergessen, wenn du schwerbehindert bist oder gleichgestellt behindert und mir das mitgeteilt hast in deiner Bewerbung oder es offensichtlich ist, weil du zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Dann muss ich dich einladen, sonst grundsätzlich nicht. Das ist jetzt nochmal klargestellt worden in der BAG-Rechtsprechung. Und es gibt ein recht aktuelles Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. Es ist ein Urteil vom 1.11.2018, Aktenzeichen 21 SA 164317. Da ist nochmal klargestellt worden, es gibt diese Einladungspflicht, wenn du schwerbehindert bist und ich ein öffentlicher Arbeitgeber. Und gibt es da jetzt noch einen Unterschied zwischen externen und internen Stellenausschreibungen? Interessanterweise nein. Sagt jedenfalls dieses gerade zitierte Urteil aus Berlin, die sagen, und das hat mich richtig gefreut, auch bei internen Ausschreibungen musst du als schwerbehinderter Bewerber immer eingeladen werden. Also meistens wirst du gar nichts davon erfahren. Es sei denn, der Betriebsrat, und da liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, passen Sie gut auf. Der Betriebsrat hat ja die Möglichkeit, nach dem Paragrafen 93 die interne Ausschreibung von Stellen zu verlangen. Und das ist ganz, ganz wichtig, um den innerbetrieblichen Stellenmarkt in Gang zu bringen und auch für die Arbeitnehmerzufriedenheit. Denn der Betriebsfrieden, der hängt so schnell schief, wenn langjährige Arbeitnehmer, die sehr gerne sich intern beworben hätten, um mal eine neue Herausforderung zu haben, wenn die übergangen werden, das ist gar nicht gut. Bist du denn jetzt immer noch im Hörz, Sandra? Ja, also natürlich, ja, ich habe es befürchtet, dass es so ist. Ja, und naja, zu Recht, Schwerbehinderte sollen geschützt werden, sollen vor Diskriminierung quasi geschützt werden. Ja, manchmal hilft es ja auch, sich auf mehr als eine Stelle zu bewerben. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Also in einem größeren Unternehmen, ja, werden ja manchmal, ob intern oder extern, mehrere Stellen auf einmal ausgeschrieben. Warum sich nicht auf all diese Stellen beworben? Guter Punkt. So war es ja auch in dem Fall, der dem LAG-Urteil hier zugrunde lag. Da ging es ja um einen Schwerbehinderten, der hat sich intern auf gleich zwei Stellen beworben. Ja, und das war sogar noch spannender, das war nicht irgendein Schwerbehinderter Mensch, das war, jetzt halte ich fest, die SBV, also die Schwerbehindertenvertretung, die Vertrauensperson der Schwerbehinderten, hat sich intern beworben. Jetzt wird es aber richtig kompliziert. Auf mehrere Stellen, ja, des gleichen eigenen Arbeitgebers. Ich nehme an, der hat Böses im Schilde geführt, ja, und wollte den Arbeitgeber, ist natürlich legitim, ein bisschen vorführen. Und der Arbeitgeber, der hat auch gleich geahnt, worum es hier geht und hat diese Vertrauensperson seinen Arbeitnehmer in der Tat eingeladen, in ein Auswahl, in ein Vorstellungsgespräch, aber eben nur in ein solches Gespräch. Und es waren mehrere intern ausgeschriebene Stellen und nur ein Vorstellungsgespräch. Zu den anderen Vorstellungsgesprächen ist unser Arbeitnehmer, die SBV, nicht eingeladen worden. Und das sei rechtswidrig, sagt dieses sehr interessante Urteil. Das ist wirklich spannend. Niklas, als für unsere Betriebsratskolleginnen und Kollegen, um hier noch den Durchblick zu behalten, welches Seminar empfiehlst du denn? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also Schwerbehindertenarbeitsrecht, nicht. Das kommt ran in den Kursen SBV Teil 1 bis Teil 3, also überall. Über Einstellungen reden wir im Betriebsverfassungsrechtsseminar Teil 2 sehr viel. Aber ich sage dir, was ich am spannendsten finde. Du musst über diese Themen, also Einstellungen, Kündigungen, Vorstellungsgespräche, da muss man am echten Fall lernen, vor Gericht. Und wenn du jetzt keine ehrenamtliche Richterin bist und deswegen das Gerichtsleben kennst oder als Anwältin kennst, dann musst du kommen zur WAF in den Kurs Arbeitsrecht Teil 3. Da gehen wir, das ist wunderbar, einen ganzen Tag, mein echter Lieblingskurs, da gehen wir vor Gericht, einen ganzen Tag und switchen da von Richter zu Richter, schauen uns überall die Verhandlungen an, die sind ja alle öffentlich. Da treten dann Betriebsräte auf und eben Bewerber und Gekündigte. Darum geht es meistens vor Gericht. Einstellungen und Kündigungen. Und da erlebt man das Haus nachher. Das ist wirklich toll. Aber bitte, wenn du da mitkommst das nächste Mal. Ja, sehr gerne. Da gibt es kaum Regeln. Aber eine gibt es schon. Da darf nichts gegessen werden. Und du ahnst es, die WAF packt den Teilnehmern immer wunderschöne kleine Fresspakete, die dann vor Gericht geöffnet werden. Also ich glaube, ich lasse mich jetzt auch bald mal wieder schulen. Super. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Sandra. Wenn wir bald vor Gericht sind, müssen wir darüber reden. Gibt es denn Ausnahmen von der Pflicht, dich einzuladen als schwerbehinderter Mensch? Die gibt es bestimmt, wenn du schon so fragst. Dann glaube ich, da hat der schlaue Anwaltskopf Partie noch einen Hinterhalt geplant. Eine Ausnahme. Der private Arbeitgeber, und das sind bei weitem die meisten Arbeitgeber in Deutschland, die haben grundsätzlich keine Einladungspflicht. Auch nicht gegenüber schwerbehinderten Menschen. Also da bleibt es bei dem, was ich anfangs sagte, ich lade ein, wen ich will. Der kluge private Arbeitgeber aber, der lädt die Schwerbehinderten ein, schon um keinen Vorwand zu liefern für eine Entschädigungsklage. Und ich meine, hier ist auch eine Aufgabe der Betriebsräte und der Schwerbehindertenvertretung, darauf hinzuwirken, dass auch private Arbeitgeber die Schwerbehinderten einladen. Auf alle Fälle. Der Betriebsrat hat ja die Pflicht, darüber zu wachen, dass die Gesetze eingehalten werden. Und das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, verbietet ja, dass sämtliche Ungleichbehandlungen stattfinden wegen Schwerbehinderung und Religion etc. Ich habe dir noch was, Sandra, ja. Ich habe dir ja immer erzählt, ich habe einen großen Bruder, der ist Arbeitgeberanwalt. Und auch im wohlverstandenen Interesse des Arbeitgebers ist es, diese Schwerbehinderten einzuladen. Ich sage dir warum, wenn ich die Quote der schwerbehinderten Menschen im Betrieb nicht erfülle. Fünf Prozent aller Arbeitsplätze müssen mit Schwerbehinderten besetzt sein. Oder wenn ich keine Inklusionsvereinbarung habe. Oder wenn es keinen Inklusionsbeauftragten bei mir gibt. Dann ist das immer ein Indiz dafür, sagt die sehr strenge Rechtsprechung, dass Behinderte bei uns benachteiligt werden. Und das wäre schlecht, auch für den Arbeitgeber. Ja, wunderbar. Na dann sind wir da jetzt wieder fit in dem Thema. Vielen Dank dafür, Niklas. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Viel Erfolg für Ihre Betriebsratsarbeit. Ihre Sandra Becker und Ihr Rechtsanwalt Niklas Pastille.